So, ich habe überlegt und mich entschieden. Ich hoffe, es war die richtige Entscheidung. Ich habe mich gegen die Dähe entschieden und viel die Rache, aber nicht viel mehr wegen der Rache, sondern einfach, weil ich finde, dass man zu seinem Wort stehen soll. Und es einfach falsch ist, mit dem Drecksack Dimitri nochmal was zu unternehmen. Das ist einfach... Das kann man nicht machen, nein. Rache finde ich aber auch nicht gut. Wie gesagt, das ist meine Rede Rache. Das ist einfach nur dumm und es bringt nichts, ändert nichts. Auch wenn der Omen hier die ganze Zeit... Ich weiß nicht, ob ich bald nachrichten, der hat zweimal die Nachricht. Nico, du bist für Penthouse von Viper und Schnellautos nach Liberty City gekommen. Wirf das nicht alles weg, nur weil du dich rächen willst. Das mit Darko hat nichts gebracht. Weißt du noch? Er legt ihn dir. Hier, dann können wir vielleicht einen Privatjet nach Vice City runterfliegen. Ich glaube, das habe ich aber auch schon. Aber dann hat er mir noch eine Nachricht hier. Nico, stell dir vor, was für einen Hochzeitsreiter ich mit Mario machen kann, wenn du diesen Deal über die Bühne bringst. Komm, tu es für mich. Ich bin doch dein Kassel, Rom. Ja, also, Rom, ich habe schon mehr als genug Geld mit meinen 400.000. Da kann ich dir eine schicke Hochzeitsreise bezahlen. Und deswegen, ich hoffe mal, das gibt jetzt nicht Ärger, weil es kann sein, dass es dann auch noch Ärger mit Dings gibt. Mit, ach, dich surft, Colt. Ah, ja. Die Russen verladen hier innen auf den Frachter. Und ich darf hier mir jetzt mal ordentlich aufräumen, oder was? Das wird interessant, glaube ich. Dem, der überwacht die Operation im Frachtraum des Schiffs. Spau, du bist hier in der Freude. Spau, du bist hier in der Freude. Wir besuchen heute Nacht. Wir besuchen heute Nacht. Ah, da, wenn ich den Tipp sehe, kriege ich auch die Krise, Aggressionen überhaupt. No smoking, ganz fit dran. Und, oh, jetzt rauche ich mal trotzdem. Boah. Boah, gerade mal gestreckt. Boah, alter. Habe ich schon einen steigen Rücken gekriegt. Aber, no. Finde einen Weg, um an die Mütter heranzukommen und begleiche deine Rechnung mit ihm. Puh, einfach sich durchspeiern, oder nicht? Es wird doch das Einfaches zu sein. Begib dich dich... Begib... Begib dich zur Brücke. Alles klar. Wenn ich jetzt hier komme... Warnt ihr was? Nope. Nicht wirklich. Ich muss mal gerade gucken. Ich bin halt neugierig. Ob man auch einen anderen Weg gibt. Nö. Sonst gibt's nix hier. Komm. Mach es halt auf die harte Tour. Naja, rumschleichen kann man hier doch schlecht, oder? Ich bin nicht hier stehen, überall wachen und alles. Badebumm. Was haben wir da machen? Ich verstecke mich aber nicht hinterm Auto. Lass mir ein bisschen zu wenig Steckung. Äh, hinter dem. Obwohl, das könnte auch tödlich sein. Hier hat der Tank. Ich weiß nicht, ob das explosiv ist. Na gut. Kommen wir mal an. Boom. Beide weg. Wie, der Fahrer hat natürlich auch ne Waffe. Natürlich. Zack. Äh, bist du nicht schon links tot? Da hab ich doch einen gesehen. Boah, schnell hoch hier. Boah. Boah. Schnell in Deckung. Ach, Mist. Fass. Bam. Zack. Äh, hä, hä. Oh Mist, der lebt noch. Bam, jetzt ist er aber tot. Äh, komm. Mir gefällt's eigentlich gar nicht, wie der eine da oben, da, da oben hier. Meinst du, ich kann den erwischen? Oh, ich kann irgendwie... Wirst nicht erwischt. Boom. Autsch. Ich mach das jetzt einfach geschickt mit Snipern. Ja, wenn ich schnell genug reagieren könnte. Waaah, verdammt. Alter. Hat der sich schnell zurückgeduckt. Ja, Samo. Oh, mir ist das doch doch so blöd. Äh, mach ich das doch so. Ja, komm. Bam. Ich hoffe, das hat wehgetan. Oh mein Gott. Oi. Du scheiß Planner, ey. Alter. Ah, jetzt kommt da noch einer. Nicht mit mir, nicht nochmal hier. Dann mach's doch, versuch's doch. Ich mach's euch fertig. Autsch. Ey, falsche Kiste. Nico, du. Tipp, ey. Manchmal, ey, manchmal. Ich krieg die Krise bei dem. Ich bin nur aufs Nummer sicher gegangen. Oh. Was haben wir da noch? Da ist da noch einer. Bam. He, 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 he. Ja, ja. Nicht mit mir. Ich mach euch fertig. Alter, das ist ganz mies hier. Boom. Alter, wo ist das? Überall lauern. Ey. Nico? Kannst du mal hier gescheit... Äh. Schon wieder... ...die Folge rum. Man muss schon wieder was überziehen. Boom. Einer weg. Push me, push me. Irgend... Da ist doch noch einer. Alter, wer ist das schollt hier? Komm raus. Komm raus. Komm raus, komm raus. Ich werd dich... Oh, ist tot. Alles klar. Uah, uah, uah. Alter. Hä? Lol. Ach, tritt ich nochmal rum. Okay. Ist hier nicht zufällig irgendwo noch... Rüstung. Da ist zumindest... Mal die Waffe nochmal. Nein, wie viel Moni hab ich noch? Och, hab ich noch genug. Da hab ich keine Moni-Probleme. Überall gucken, ey. Oh, das wird lustig hier raus. Okay, da ist... Alter, ich hasse es. Alter. Überall sind sie. Das ist so eine miese Mission. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal hier rausgespielt hab. Weiß ich, wie oft ich hier draufgegangen bin. Das war nicht dein Leck, oder? Ich glaub mir ja nicht. Ich komme für dich. Boah, Alter. Alter, Alter, Alter. Aber jetzt... Aber jetzt wird's brenzlig hier. Bisschen kriminell. Was labert der? Ich hab dich außerdem schon gekillt. Puh. Alter, Alter. Boah, boah. Okay, so weit hab ich's schon mal geschafft. Zack. Ja, da ist Rüstung. Nice, sehr gut. Boah. Yes. Jetzt kann's weitergehen. Ach, jetzt machen wir wahrscheinlich die Ladu... Äh, das Rachen auf. Dass wir mal rein können. Ah, ja. Okay. Geh in den Fahrtraum gleich, schütte eine Rüstung. Dimitri, alles klar. Okay. Alter, Alter, Alter. Wo kommen die ganzen Schüsse her? What the fuck? Alter, ich muss hier runter. Hilfe. Scheiße. Auf der vierte Seite geht's ja gar nix runter. Da drüben, echt? Schütte. Boah, jetzt muss ich aufpassen. Boah. Habt einmal vom Teufel redet. Alter, Alter. Alter, wie er mich auch erwischt hat einmal. Alter, Alter, Alter. Man merkt schon, dass es eine der letzten Missionen ist, weil es schließlich gerade deutlich angestiegen ist. Hey. So. So. Alles klar. Ich meine, unten war irgendwo auch noch was zum Heilen. Boah. Boah. Ei, ei, ei. Den habe ich nicht gekommen sehen. So. Weg. Ja, da ist nochmal was zur Heilen auch. Ja, komm. Komm. Ja. Kommt doch. Hahaha. Habe ich dein Dings erwischt. Okay. Schöner Gerutscher. Alter, habe ich da schon viel Muni jetzt verbraucht. Ei, ei, ei. Da oben ist noch einer. Ach nee, das war woanders. Irgendwo geht's rein. Das war, glaube ich, ziemlich weit hinten. Ist aufgegangen. Wo geht's denn hier rein? Ach, ist das noch? Alter, das Schiff ist viel zu lang. Äh, 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 äh. Dann nochmal Rüstung. Hä? Wo geht's denn jetzt rein? Bin ich das blöd? Irgendwo hat sich doch die Luke geöffnet. Sag mal. Hä? Ich muss ja echt blöd sein, oder? Oder war es doch da vorne? Warte. Ach, hier. Okay. Hä? Komm ich da rein? Ich meine, hallo? What the fuck? Oh, Nico. Das war dumm. Äh, total unendlich. Ich wollte da eine Granate reinschmeißen. Hö, hö. Hö, hö. Hö. Der hell? Aber wie komme ich da runter? Ich möchte echt da runterfallen lassen. Äh, scheinbar. Äh, schnell. Wah. Ja, Personal. Da ist das Personal. Das endet hier. Hahaha. Wie willst du sterben, liebte? Zack. Zack. Ich bin im Moment in Hoffform. Also legt euch eigentlich besser nicht mit mir an. Ah, da hinten werden auch noch, äh, Dings Heilung. Das ist ja nett. Ah. Fümmchen? Ja. Hey, Dimitri. Ich glaube nicht, dass ich das mit dir mache. Wir haben andere Geschäfts zu Ende. Nico. Es hat lange Zeit. Ich dachte, dass dein Zeitpunkt in Amerika hat sich verletzt. Amerika nicht verändert sich jeder. Schau dir. Du hast in diesem Land gekommen. Ein schwämmiger Schwämmiger, der sich als Freunde verletzt. Das ist das, wenn du hier bist. Okay. auch mit der Waffe fertig ich brauche nicht meine m4 bämm habe ich nervigd ja ich hab schon töten darf ich darf ich habe ich nervigd Hallo ich bin Schade, das wird die letzte Sache, die in deinem Kopf geht. Auf Wiedersehen. Du bist derjenige, der eine Lehre lernt. Die Leute werden nicht glücklich sein, wenn du mich töten. Blödsinn, du auf mich! Ich bin nie populär. Ich will nicht jetzt beginnen. Ich sollte dich aus deiner Miserei ein langes Mal vorziehen. Auf Wiedersehen, Dimitri. Ich habe ein dummes Gefühl. Verlasse das Schiff. Ich habe doch hier irgendjemand noch mal gehört. Oh, da ist schon Wiederheilung. Gut. Nö, scheint keiner mehr da zu sein. Alles klar. Wir haben das Schiff verlassen, da haben wir es. Haben wir uns hier durchgekämpft. Ist ja gut gegangen. Easy. Wenn ich das letztes gut hinkriege schon. Oh, da ist noch eine Granate. Ah ja. Zack. Abgespeichert. Gut. Mal sehen. Ich hoffe, das war jetzt wirklich kein Fehler. Oh nein, Roman. Du kannst Roman das doch nicht sagen. Der wird enttäuscht von uns sein. Es ist vorbei. Er war auf dem Platypus. Das Boot, das ich in der Liberty City gekommen bin. Also scheint es zu Ende, wo es begonnen hat. Ich glaube, du hast getan, was du glaubst, du hattest. Kein Geld. Kein Geld. Kein Hot-Tubs und Models. Aber Dimitri wird dich nicht wieder bemerken. Ich werde dich an der Wedung sehen. Ja? Erinnere dich, einen Schuss zu tragen. Ich werde da sein, Roman. Keine Angst. Ja, Leute. Aber die Hochzeit verschieben wir mal auf eine andere Folge. Weil jetzt ist endgültig Schluss mit dem Sache hier. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.